Hier haben wir die Selektion der Jury-Geralte Lugger, der in den ersten Champion Lugger bezeichnet wird und dann seine Reserve. Meine Damen und Herren, das sind sechs ausgewählten Jury-Geralte Lugger. Er wird zuerst die Schöneute-Champion designieren und dann ihre Reserve. Hallo, kommen Sie bitte an, noch sehr, 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 sehr. Wie haben Sie gesagt, kommen Sie erst zum Schöneute-Sieger und zur Zwei-Aus-Heutz-Zun-Rettung. Zwei-Zun-Stau. Die Valle der Jury-Geralte Lugger Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, große Erfährungen von Flümme, alle sechs Lüten sind perfekt, aber die schöne Wuster-Siegerin ist doch die Kugel des höchsten Anhalter her, sie ist die ganz frische Maktation, sie ist das höchste Anhalter mit dem besten Vorhauten, wirklich das absolut Erfährungen von Flümme, aber es ist eine große Erfährung von Flümme, aber es ist eine große Erfährung von Flümme. Ich denke, es braucht noch einen Kommentar für diese Mammel, die sechs Mammel, die sind gut, die sind perfekt, aber die Championne von Flümme, die die größte und die größte Anhalter und die größte Erfährung von Flümme, die in der Erfährung von Flümme, die er die größte Erfährung von Flümme, die in die einer Erfährung von Flümme, die in der Erfährung von Flümme zu beantwortet gibt. Ich möchte noch einmal ganz schönес вкус-ummeißen, also die Championne der Welt. Vielen Dank!